Krass, ne? Guck mal hier, wie das ausschliegt. Also wir sind in diesem Nähe von einem Krankenhaus und guckt euch das mal an. Echt der Hammer hier. Krass. Hübscher Hammer. Ist hier jemand? Also hier muss nur noch pro einer sein. Und wir haben ja auch schon die Geräte geschickt, ob das auf die Geräte reagiert. Nee, tut's nicht. Nein. Da muss hier jemand sein. Also hier ist ganz krass. Also hier, wo wir jetzt stehen, ist echt extrem. Also wir sind hier, wie gesagt, in der Nähe von einem Krankenhaus. Ist hier jemand, der mit uns reden möchte? Bitte. Also du bist hier. Komm, kontaktier uns bitte mit der Box. Du bist definitiv hier. Bitte kontaktier uns mit der Ghostbox. Oder über die Ghostbox. Oder wir machen das anders. Mit Ja und... Willst du Ja und Nein Fragen beantworten? Das heißt, du Nein nur bis Grün und Ja bis... Vorher sagt, du bist Orange. Ja, möchtest du das? Möchtest du mit uns hier drüber reden?